Schon Pestalozzi hat erkannt, mit Angst vor dem Rohrstock ist nicht gut lernen. Nun, der ist zum Glück längst abgeschafft, aber die Angst, die ist geblieben. Und mit ihr wird mächtig Druck gemacht in Schulen und Universitäten. Von Politik, Pisa-Gläubigen, Lehrern und immer mehr auch von Eltern. Denn nur wer eine Spitzenausbildung spitzenmäßig absolviert, hat eine Chance, mit den Herausforderungen der Zukunft fertig zu werden, heisst es. Und so züchten wir systemkompatible Wissensfresse heran, die das Wichtigste nicht gelernt haben, selbst zu denken oder gar zu leben. Aber genau solche Menschen könnten die Probleme der Zukunft vielleicht wirklich lösen. Der Dokumentarfilm Alphabet geht der Frage nach, warum zum Teufel dieser Schwachsinn immer weiter praktiziert wird. Jeder weiß, dass die Schule nicht das Leben ist. Mein Leben aber ist die Schule. Was heisst, dass da etwas falsch gelaufen sein muss? Es mag für einige übertrieben klingen, aber die Schule nimmt mir gerade das Wichtigste, was ich besitze. Meine Kindheit. Bildung heute, das ist Wettbewerb von Anfang an. Zwei Fremdsprachen am besten schon im Kindergarten. Später Pisa-Rankings. Keine Zeit verlieren. Zerstören wir unsere Kinder, während wir versuchen, sie zu bilden? Ja, sagt dieser Film. Wir zerstören genau das, was die nächste Generation am dringendsten brauchen wird. Die Fähigkeit, eigenständig zu denken. Wir sind einfach konditioniert auf diese Welt. Und das ist unser Hauptproblem. Und das ist auch die Idee der Schule. Die Leute zu konditionieren, damit dieses System funktioniert. Weil es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die ein Kind und letztlich dann als Erwachsener erfüllen soll. Es soll ein ordentlicher Konsument sein. Und es soll irgendwie diese Produkte, die man dann teilweise gar nicht mehr braucht, herstellen. That's it. Hier werden zukünftige Top-Manager gemacht. Kitzbühel, der Wettbewerb CEO of the Future, ausgerichtet von der Unternehmensberatung McKinsey. Wer dabei glänzt, dem ist eine schnelle, steile Karriere im Management sicher. Machen wir uns nichts vor. Meine Kinder habe ich geplant für meine Projekte. Anders funktioniert es nämlich nicht. Wenn Sie in die Zukunft gucken, wie wird dann Ihr idealer Top-Manager oder Ihre ideale Top-Managerin aussehen? Leistungsorientiert. Und alles andere ist egal. Ja. Egal wie. Egal wie. Egal wie. China, Provinz Sichuan. Kupei ist elf Jahre alt und Spezialist für Mathematik. Die Schule dauert von sieben Uhr morgens bis halb zehn am Abend. Danach Hausaufgaben bis Mitternacht. Samstag und Sonntag Nachhilfeunterricht. Er lebt bei den Großeltern. Die Eltern arbeiten in einem anderen Teil des Landes, um Geld zu verdienen für seine Ausbildung. Der Film Alphabet zeigt uns viele erstaunliche Figuren. Wie Yang Dongping, Leiter der staatlichen Organisation Bildung des 21. Jahrhunderts. Ein Hauptmerkmal des prüfungsorientierten Systems ist, dass unterschiedliche Meinungen nicht gefragt sind. Das einzige Ziel liegt darin, eine Standardantwort zu finden. Diese Situation ist es, die die Kreativität der Chinesen tötet. Darum mangelt es den Kindern, die in diesem System aufgewachsen sind, an Selbstständigkeit und der Fähigkeit, sich gesellschaftlichen Veränderungen zu stellen und Dinge zu hinterfragen. Bildung ist ein Riesengeschäft in China. 14 Unternehmen, spezialisiert auf Nachhilfe, sind an amerikanischen Börsen notiert. Chinas Schüler schlafen am wenigsten, lernen am längsten, haben den größten Prüfungsdruck. Suizid ist die häufigste Todesursache bei Jugendlichen. Laut PISA-Ranking liegen Chinas Schüler auf Platz 1. Das ist der internationale Koordinator der PISA-Studien, Andreas Schleicher. Der Film-Alphabet begleitet ihn auf Inspektion beim großen Vorbild. Da bin ich in Ländern wie China doch irgendwo optimistisch, dass die sehen, wo die Reise hinläuft und eben auch bereit sind, die Zukunft anders gegen die Gegenwart abzuwägen, als wir das tun. Da beginnt schon das Drama, dass wir ständig von der Zukunft reden. Wir leben jetzt. Wenn wir jetzt alles einigermaßen gut machen, sodass es uns gut geht, ja, dann kann die Zukunft kommen. Wir leben aber gar nicht in der Gegenwart. Wir leben ständig in Gedanken, weil wir so gestresst sind in der Zukunft. Damit wird uns auch Angst gemacht. Das ist eben ein großes Kapitel auch. Der Untertitel des Films ist auch Angst oder Liebe und das sind die zwei Möglichkeiten. Alphabet zeigt auch Orte, wo Angst keinen Zutritt hat. Sich vertiefen, voller Hingabe, ohne Angst vor Vergleichen, das können Kinder und Erwachsene im sogenannten Malort von Arno Stern, Pädagoge und Experte der UNESCO. Kinder, so Stern, brauchen keine Anleitung, um ihre Fähigkeiten zu entfalten. Es bedarf lediglich der dienenden Begleitung. Sein eigener Sohn war nie in einer Schule. André Stern spricht fünf Sprachen. Seine liebste ist Latein. Er arbeitet als Musiker, Gitarrenbaumeister und Informatiker. Lernen war in meinem Alltag etwas, das nebenbei entstanden ist. Ich habe meine Eisenbahn auseinandergenommen. Ich wollte wissen, wie ein Elektromagnet funktioniert. Und in Mamas Lexikon waren Angaben. Ich musste da lesen. Das hat dazu beigetragen, dass ich mit dem Lesen vorwärts gemacht habe. Ist das nicht utopisch, Lernen ohne Zwang? Ich musste nie meine Kenntnisse mit den Kenntnissen anderer vergleichen. Ich wurde nie unter Druck gesetzt. Es wurde nie von mir erwartet, dass ich Dinge lerne, die mich nicht interessieren, die ich nicht brauchen kann in meinem Alltag. Mit dem Vorwand, dass wenn ich sie heute nicht gelernt habe, ich sie später nicht lernen kann. Ich habe das genaue Gegenteil erfahren. Dass es immer Zeit ist, was Neues zu lernen, wenn man sich dafür interessiert. Wir hier gehen fast ausschließlich von der Hypothese aus, das Kind kommt zur Welt und ist leer. Und jetzt bedarf es unserer Belehrung. Jetzt muss es angefüllt werden mit Wissen. Wir sollten einfach nur die Perspektive wechseln und sollten das Kind anschauen und sollten das, was in dem Kind angelegt ist, was schon alles mitgebracht ist, zur Entfaltung bringen. Mehr ist es nicht. Der Film Alphabet liefert keine einfachen Antworten. Aber er deutet an, wie es sein könnte, wenn nicht mehr die Angst unser Bildungssystem beherrscht, sondern Zuwendung, Vertrauen und Liebe. Der Film Alphabet Der Film Alphabet Der Film Alphabet Der Film Alphabet